das Spiel ist cool ja wie so gibt es auch kein Ding kein Ding kein Story keine Ahnung ist voll scheiße Palutena Palutena oh mein kenne ich die ich glaube das ist die Mutter von Pit ah Pit sehe ich auch nicht der ist noch gar nicht dabei nimm mal ein ein ne nimm du Olimar nein ich nehm nicht Olimar doch du hast gesagt mit dem bist du schlecht ja der ist auch bis übel schlecht komm nimm mal Olimar nein bitte nein du musst gewinnen ja lass dich nicht gewinnen das ist unfair nein ist nicht ja wenn du es schon kannst ich kann es nicht kann ja oh die ist ja groß Alter ich kann ja was tolles wer ja Mario oha was war das also ich kenne sie hier gar nicht ich kenne gar nicht was ich da noch was machen kann nicht getroffen keine Ahnung ist inspiriert ja Mario kann auch nix Alter schlaufe an der Decke wie soll das gehen kann ich mir mal erklären oh da kann man gar nicht aus dem Map fliegen eigentlich du mit deinem komischen Windbeutel echt hin geht ab geht ab na komm hier rein geh in die Lava rein nein was hast du gerade gemacht plus 1 bekommen das zählt ja gar das zählt ja gar das ist schon fair nein ist es nicht bin ich gestorben komm ich runter jaa schnell gekümmert komm ich ja voll nicht klar Ah, ich bin schneller, oder? Ne, ich bin nicht schneller. Ist das immer noch langsamer? Autsch. Ich finde echt die komische Wand da, wo du nun machst. Oh, super Tecchi. Nein. Nein. Nicht zu ihr. Verschwind. Ja, hat sein. Uh. Wie geht ihr jetzt, wenn ich nur B machen muss? Beide zu hoch gesprungen. Wo hast du deine Chance? Jetzt bin ich dran. Geh weg. Wo ist sie überhaupt? Nein. Nein! Nein! inen или nein! Nein! Na ja! Da ist ja noch so. Was ist das? Nummer Shelby utt. Autsch! mal weg hier wie viel steht es eigentlich? Weiß ich gar nicht, oder? Nee, weiß es nicht BAM! Mein Power Up! NIEW! Nein, nein, nein! Geh weg! Nein! Geh weg! Klingt der Zauberstab? Toll, macht ja gar keinen Schaden Autsch! Das war aber knapp, gell? Wow! Was machst du? Der Zauberstab ist schwul Richtig kacke Weg! 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 Ist sanh! Sehr witzig! Spür'n wir hier Fang'n, oder was? Das ist kein Meisterball. Ja, ein Pokéball. Autsch. Hä? Was war das jetzt? Das war doch ein Pokéball, oder? Autsch. Nein! Und Schuss. Wo fahr' ich hin? Bist du schon gemacht? Keine Ahnung. Bin da reingeflogen. Keine Ahnung. Eis' Geh mal. Du, mit deiner blöden Wand, ey. Ich bin nur Verstecken. Oooo, der war... Oh, das bin ich. Autsch! Guck, da kommt die Gondel wieder. Das war die Fache. Ja, das ist schon ein Glück. Oh, wie mies. Was ist denn das? Komm her, Scherzi. Nein. Autsch. Ich mach das selber kaputt. Oh, wie viel ich hab. Ich hab die 200. Ja, ich glaub, das hast du sogar gewonnen. Und, und, und? Das ist besser, hm? Alter, von 5 mal hast du jetzt einmal gewonnen. Wie wird's? Überragend. Überragend! Drück. Wie fahrtest du? Ich. Jetzt gibt's ja insgesamt minus 1. Du hattest schon minus 5 und ich plus 5. Drück. Sag mal nix hier. Was? Was? Geh weg! Oh, da hast du doch plettieren. Hm, ich spür mal den. Ich anpuppe in uns. Äh, wie nehm ich? Keine Ahnung. Ohohohoho, Garn und Doof. Was? Garn und Doof. Schon gut. Du musst mit ihm spielen können. Nein, ich fahrt wieder weg. Egal. Zu spät. Ich mach dich fertig. Richtig den Hydro-Bumpel. Oh, du hast gesehen. Mit Mario war ich richtig gut. Da. Weg, Mann. Hallo. Wie ich abgeht. Welches? Ben. Hast du ihn gesehen. Ohohohoho. Hallo, wieso beide? Bitte darfst du schneller wieder sein? Tja. Weil ich's drauf hab. Mann. Ja, was wirst du ins Link? Wieso bist du noch zu groß? Oh, Mann. Unfair. Ohohohoho. Kann ich mal auswählen. Toge, du bist drinselt. Was war das? Das krieg ich glaub Togepi. Wieso du? Ich hab ihn geholt. Ich muss verarschen. Dich fertig. Okay. Ich versuch grad einfach los. Nein. Autsch. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ich hab ihn nicht gerutscht schlagen oder so. Schon mal Pokémon mit Laserschwert gesehen, ne? Oh. Nein. Ah. Nein, nein. Nein. Geh weg, Mann. Nein, wir sind schneller. Das ist ja unfair. Warum bist du schneller? Nein, wir sind schneller. Oh. 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 Autsch. Mit dir'll? Hallo. Was macht du das? Oh. Und Personen, äh? Riecht dir zu schnell. Der ist voll langsam auf. Ne? Oh. Haha. Hijab. Oh. Er hat sich. Wie geht es jetzt? B drücken. Was b? Ich drücke B. E.O.P. ist da und wie drücken und tippen ich krieg's nicht hoh, was war das für ein blöde Ulti? I won't und ich sterbe zu fehlt No, schatzi Cockfoto Fliege Autsch! Pokéball! Was ist das? Stirb! Jo, wusste ich ja das hab ich eingesammelt ich verarschen ich hab's kaputt äh eingesammelt nur genau los mit weg Was ist das? Genau den schlechtesten von allen! Das ist doch kacke! Ja guck mal, der macht immer nur mich fertig! Komm ich schlag dich wieder dazu! Ich pack dich! Wieso hab ich jetzt, bin ich jetzt wieder kleiner geworden? Ich hab doch den Pilz bekommen! Ja Pilz macht nicht unbedingt groß! Das ist doch kacke! Stirb! Tschüss! Nein! Ah! Du bist auch so viel schneller! Ich? Ja! Dann reicht nach oben! Geh weg! Nein! Geh weg! Eigentlich treffst du nicht! Meine! Nein! Nein! Schön in die falsche Richtung! Nein! Schön in die falsche Richtung! Nein! Ich will den Ball! Ja! Wieso ist das vorbei? Oh! Ja! Ich binke! Ich binke! Ich binke! Ich binke! Ich binke! Alter! Was ist das jetzt? Nein! Nein! Meins! Keine Ahnung, was es ist! Ich seh's gar nicht! Oh! Hä? Ja! 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 Was ist das für ein Krokodil? Ich bin so gegürtelt hier! Ja! Das war ein Krokodil! Was ist denn das? Och! Echt jetzt! Du bist echt ein Hund! Ja! Mach's auch so unfairer Tricks! Oha! Oh! 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 Aber du schießt, da ist es ok, gell? Nein! Ich warte noch, wie lange kann ich warten? Nein! Stuh, ein Glück, ich habe gar keine Candy-Ulti nicht. Ah, ich bin klein geworden. Alter, ich treffe die gar nicht. Hebe dich hoch. Ich habe gewonnen, ich. Ja, aber gern nur knapp, oder? Quatsch. Quatschi. Ah, plus zwei. Haha, du Lusche, du. So, das war's für heute. Was ist mir gefällig? Hä? Was ist mir gefällig? Das ist der Beweis dafür, ich kann besser zocken wie du. Ja, wenn du öfters spielst, wie ich. Auf dem Fall. Kann ich. Weißt du was unfisch? Komm mit, eine Runde noch. Ne, nehm ich. Kann ich, egal. Du verlierst. Gegen Peach verlierst du nur. Wieso? Zieh's nachher. Probier's nochmal. Oh. Aber ich darf nicht als Mario gar nicht drauf gehen. Hä? Noch mal. Ich darf nicht als Mario gar nicht dich angreifen. Bin ich jetzt Zweitplayer? Egal. Ja. Das ist jetzt deine Taktik, dass ich jetzt immer auf Spieler 2 guck. Genau. Ich krieg's Besseres zu tun. 1. 1. Los. Alter, warum war das so schnell? Alter. Ich stehe auf Speed oder was? Ja, du drückst immer das gleiche. Deswegen. Das ist ja unfair. So, das kann ich ja auch. So, das kann ich auch. So, das kann ich auch. So, das kann ich auch. Oh, und dann noch da den hier. Den blöden. Ja, genau. Was hat mich jetzt getroffen? Weißt du, ich darf die doch gar nicht angreifen. Eigentlich rette ich dich doch noch. Oh. Bloß kann ich nachziehen. Was ist denn los? Keine Ahnung. Vielleicht Laschet. Ja, das ist von Zelda. Aber die kriegt normalerweise ein Leben. Weißt du was? Geh weg. Oha, du schlägst deine Konzessen. Ja, du machst mich kaputt. Was ist das denn? Was soll ich da sagen? Das stimmt ja. Was ist das jetzt? Bam. Du schlägst deinen Prinzen. Was soll mir dazu sagen? Komm runter. Komm runter. Komm runter. Komm runter. Komm runter. Hey, wo bin ich? Tot. Wieso? Bam. Tunisier dich. Oh, das ist unfair. Wieso? Ja, gegen eine Frau. Komm runter. Einer. Ich bin ja jetzt nach oben geworfen. Das ist schon gut, oder? Was? Auf die Gospen. Endlich. Das ist nervig. Guck mal die Fläche. Zack. Tot. Oh, Entschuldigung. Tot. Tot. Ey. Das ist so unfair. Das kann man mit der selben Attacke hier rumscanern. Oh nein. Was ist das? Oh, was für die Hölle. Du kriegst mal so ein komisches Zeug. Alter. Weiter. Weiter. Hallo? Hä? Hallo? Nein, ich hab dir grad... ...dass du erwischt. Nein, ich baue da von rein. Du lebst noch mit 140. Ich faß es nicht. Was hat dir jetzt schon wieder... ...unterschätzer Arkeos muss ich. Aber trotzdem nicht mehr. Alter, geh mal weg. Oh, du mit deinem Schirm, Alter. One drink. Komm her, komm her, komm her. Mach dich selber kaputt. Oh, oh. Nein. Ecke. Und? Oh, hier und jetzt? Super, Taki. Schlaf schön, mein Schatz. Oh man, ich will nicht von dir träumen. Was ist das hier? Riesentorakel. Oh, das hat Leben leer gemacht. Ich kann schnell euer Exo. Toll, du hattest nur Prozent. Du siehst du zwei. Bestimmt, du sie nachher nicht kriegst. So. Oh. Oh, ich hab das gemacht. Oh, ich hab das gemacht. Ich hab das gemacht. die Progestaltung rumgedreht. An sich nicht nur das, nur das Welt ist anders. Ja, aber trotzdem. Das ist trotzdem alles gut. Ja, das ist Phaike, Herr des Rauns. Kann ich mal sehen, wie es bei Ideal geil ist. Unfair. Wieso? Ich bin voll in die falsche Richtung gelaufen. Ich hab ja nie geknallt. Ja, das ist nicht cool. Ja, das ist nicht cool. Ich schlappf Frauen. Ach so, es geht schon wieder. Schützt deine Prinzessin euch. Mach's, ich beschützt dich. Ich seh, du keuchst mich nur an. Ja, weil du mich kaputt machst. Ich bin eine Frau, ich muss dich doch kaputt machen. Hast du den nicht schon gesehen? Ich muss mich wo anders kaputt machen. Nicht hier in der Spiegelise. Oh, endlich hab ich dich schon mal mit Tott-Attacke getroffen. Komm. Oh, verpiss dich. Nein. Ich bin nicht so schnell kaputt. Was ist das schon hier von Bollen? Jetzt. Speed. Nein. Es wird vergewaltigt. Wo bin ich? Ich will auch noch kommen. Das hab ich aber gut gewonnen. Unfair. Wieso? Ticken Bonus. Wieso hab ich? Wir haben beide drei. Das wird doch langsam peinlich, oder? Sag mal lieber auch, bevor ich dich noch 20 mal kaputt mache. quality Dos GriertoChief.